Warum so ernsthaft? Na ja, gehen wir noch mal hoch. Ich glaube, da war noch mehr als nur dieses eine Loch. Mal schauen. Na komm her. Alle weg. Ah, hier ist noch ein Loch. Schauen, was da drin ist. Da kommt man, glaube ich, auf der Gegenseite raus. Genau. Dazu muss aber die Kugel wieder aktiviert sein. Also sprich, wir müssten eigentlich einmal rumlaufen, oder? Kann das sein? Sprich, hier drüben die Kugel aktivieren, dass die Dinger hochkommen. Dann sind ja die anderen unten. Na ja, gleich mal ausprobieren. Das war halt nur einmal rumlaufen. Aber das ist ja nicht schlimm. Merke, wir müssen irgendwo noch Feen finden, unbedingt. Sonst sind wir relativ aufgeschmissen bei dem Gegner. Ich glaube, der Gegner war schon relativ relativ, relativ schwer. Ne, haben wir ja schon alles gelootet. Hier ist eh nichts mehr. Aha. Geh weg. Na mal schauen, ob das jetzt was gebracht hat. Aber ich glaube schon. Jetzt hätte man die Herzen gebrauchen können, die da na komm hoch. Die da in den toten Köpfen im Krügen lagen. Hm, na ja. Ne, die wärst auch nichts mehr ab. Egal. Wir schaffen das auch ohne. Und dann gehen wir nämlich jetzt hier hoch. Und dann gehen wir da oben nach rechts. So. Zack. Wieder ein Herz weniger. Sehr schön. So muss das sein. So muss das laufen. Schauen, was es jetzt hier gibt. Noch eine Truhe. Nur München. Ah, der große Schlüssel. Sehr schön. Dann können wir jetzt zurück und die Truhe öffnen. Dann kriegen wir nämlich den Enterhaken. Und können uns dann rüberziehen auf die anderen Plattformen. Und wie ich gesehen habe, brauchen wir da oben bei der einen Tür über der großen Truhe noch einen einen Schlüssel. Den kriegt man bestimmt da auch irgendwo her. So. Werden wir gleich sehen. Ich finde das bis jetzt eigentlich nicht so schwer. Kann aber was sein. Das kommt jetzt noch. So. Boing. Der Enterhaken. Es dehnt sich aus. Zieht sich zusammen. Und boing. Probier ihn allen möglichen Mal aus. Mhm. Zack. Genau. So funktioniert es. Ah. Hier ist noch ein Herz. Ich glaube, auf der Gegenseite war das auch nochmal. Mal schauen. Ja. Also man springt natürlich runter. Also. Geht ja auch immer relativ schnell. Ja. Genau. Sehr schön. Hier war der Schlüssel. Super. Können wir nämlich jetzt oben in die Tür rein. Ist hier noch was? Nö. Hier ist nichts mehr. So. Naja. War ja klar. Erstmal hinunter. Das sind noch zwei Türen, die man öffnen kann. Ne. Hier ist nix. Außer ein Monster und irgendwelche Dinger, die aus dem Boden kommen. Der lässt ein Herz fallen. Das ist schon mal sehr lüblich. Könnte man hier irgendwas machen? Die Statue verschieben? Ne. Gehen wir mal hier rüber. Gucken, ob hier drüben noch was ist. Hm. Jetzt. Und wieder. Alles klar. Schieben wir das hier oben drauf, dann geht nämlich die Tür auf. Sehr schön. Das ist schon arg schwer. Aber wir werden es schaffen. Wenn nicht, dann gehen wir halt nochmal neu rein. Ist ja nur auch nicht so wild. So, können wir das ziehen? Ne, das können wir nicht ziehen. Geht die andere Tür da parallel auch auf, wenn ich die Tür da aufmache? Ne, da passiert auch nix. Mal schauen, ob die Tür dann auch aufgeht, wenn man das macht. Ne, fallen lassen tun sie auch nix mehr. Das ist jetzt sehr schade, dass sie nichts Neues fallen lassen, wenn man sie nochmal tötet. Geht die da auch auf? Sehr schön. Gehen wir hier nochmal rein. Kann man die eigentlich so? Wenn sie im Radius wären, gerne. Na ja. So, genau. Jetzt sind wir hier. Jetzt können wir dann auch wahrscheinlich gleich da unten rein. So, jetzt ist das offen. Können wir hier an die Tür rein. Immer wieder so eine Wasserläufer-Geschichte. Boah. Gehen wir nach oben. Schauen. Vielleicht ist hier ja was. Ah, hier. Fall, äh, wieder keine Herzen, oder? Ne. Ne, die lassen auch nix fallen. Müssen wir halt mal hier rüber. Kann man da irgendwas machen mit dem Truh? Kann man hier durch das Wasser durch? Ah. Da waren wir doch so. Oh, endlich. Hör das Gepiepe auf. Schauen, was hier oben ist. Wieder ein Gang. Sehr schön. Jetzt kann man die nämlich auch mit dem Enterhaken kaputt machen. Ne, komm her. Ich möchte hier rein. Weil da habe ich gesehen, dass da noch Dings sind, ähm, ähm, Krüge. Wo man vielleicht ein bisschen was bekommt. Weg mit dir. Bombe, Pfeil, magischer Trank, Herz, Herz. Sehr schön. Na ja, fünf Herzen. Werden wir schon irgendwie schaffen. Hoffe ich mal, vermute ich mal. Wenn nicht, dann, ähm, lass ich mir was einfallen. Ah, so ging es. Hm, bis jetzt ziemlich simpel. Immer wenn er dreht, müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, geht noch. Geht alles noch hier. Ich stelle ihm dann nur sehr schwer vor, wenn er Üzer. Ah, jetzt muss man die genau treffen. Sonst. So. Den noch und jetzt noch einen.